Der konflikt mit nordkorea ist hochgefährlich der diktator kim jong-un lehnt verhandlungen ab rüstet munter weiter auf und testet immer mal wieder Sein bombenarsenal jetzt hat nordkorea verkündet auch eine wasserstoffbombe zu besitzen die wohl Gefährlichste waffe überhaupt auf dieser welt wie diese funktioniert ob das land tatsächlich über das entsprechende know-how darüber verfügt und wie Forschungsteams weltweit versuchen nordkoreas aufrüstung aufzudecken jetzt in klicks um science fiction herzlich willkommen Wir haben hier ja schon öfter mal über atombomben und ihre verheerenden konsequenzen gesprochen Jetzt reden wir klartext über nordkoreas aufrüstungsprogramm und liefern alle wichtigen fragen und antworten die man ja wissen muss frage 1 Wie genau funktioniert eine wasserstoffbombe atombomben Funktionieren mit der spaltung von atomkernen sowie heutige kernkraftwerke eine wasserstoffbombe Funktioniert vereinfacht gesagt genau andersherum atome werden nicht gespalten stattdessen verschmelzen hier bei atom kerne Und das tatsächlich setzt noch einmal deutlich mehr energie frei als eine kernspaltung die energiegewinnung mit kernfusion ist deshalb viel Effektiver aber übrigens trotzdem ungefährlicher als die kernspaltung darüber haben wir ja im letzten video über wendelstein 7x Berichtet die hohe energiefreisetzung führt aber bei der wasserstoffbombe zu einer viel gefährlicheren waffe konkret Fusionieren besonders schwere wasserstoff kerne deswegen auch der name h bombe den h ist ja das chemische symbol für wasserstoff Um die verschmelzung überhaupt in gang zu bekommen braucht es hohen druck und Unvorstellbare temperaturen von 100 millionen grad dann verschmelzen die wasserstoff kerne zu helium ganz nach dem vorbild der sonne Der größere heliumkern ist dann allerdings leichter als die ausgangskerne doch masse kann nicht einfach verschwinden sondern wird umgewandelt In eine riesige menge energie die berühmt berüchtigte einsteinformel also e gleich m mal c quadrat also energie ist gleich masse Mal lichtgeschwindigkeit zum quadrat da lichtgeschwindigkeit ja eine konstante ist kann man die in der formel auch Weglassen um das prinzip zu erkennen und das heißt masse kann in energie Umgewandelt werden e gleich m und genau das passiert bei der wasserstoff bombe und das bedeutet eine unvorstellbare Sprengkraft die us atombombe die auf hiroshima abgeworfen wurde hatte eine sprengkraft von 13 kilotonnen tnt einer wasserstoff bombe dagegen kann eine sprengkraft von Mehreren hundert kilotonnen entwickeln viele sprechen deswegen bei der wasserstoff bombe von der gefährlichsten und mächtigsten Waffe der welt überhaupt hinzu kommt dass sie so klein gebaut werden kann dass sie auf den kopf einer Interkontinentalrakete passen würde eine super brisante kombination Die erste wasserstoff bombe überhaupt wurde übrigens vor rund 65 jahren im rahmen eines setzt gezündet die sprengkraft der amerikanischen bombe War auf einer pazifik insel die war 800 mal größer Als die der atombe von hiroshima und das obwohl es sich hierbei um einen prototypen gehandelt hat in einem bekrieg Wurde eine wasserstoff bombe gott sei dank bisher noch nie Eingesetzt frage zwei wie wahrscheinlich ist es dass nordkorea wirklich eine wasserstoff bombe gebaut hat Nordkorea hat ja in diesen tagen nach einem test bekannt gegeben dass das land nun auch über eine wasserstoff bombe Verfüge dass es bisher von keiner unabhängigen stelle bestätigt werden doch fest steht Messinstrumente in einigen ländern dieser welt haben erschütterungen verzeichnet beispielsweise das deutsche Geoforschungszentrum kurz gfz das elf minuten nach der zündung in nordkorea eine erschütterung mit einer stärke von mehr als sechs Gemessen hatte die wellenform annelt expertenteams zufolge sehr den seismischen wellen die auch bei früheren Nordkoreanischen waffen tests gemessen worden waren doch diesmal sei die sprengkraft der bombe höher gewesen Einige hundert kilotonnen tnt hätten wohl diesmal dahinter gesteckt bislang hätten die tests eher eine detonation von maximal 25 kilotonnen tnt entsprochen so die einschätzung des gfz doch trotzdem Lasset sich nicht so einfach alleine aufgrund der erschütterungen zwischen einer wasserstoff bombe oder eine herkömmlichen atombombe unterscheiden Erst der nachweis von radioaktiven stoffen in der atmosphäre wäre tatsächlich Ein eindeutiger nachweis schon nach den nordkoreanischen nukleartests in den jahren 2006 und 2013 sind spezifische xenon isotope Nachgewiesen worden bislang sieht es aber wohl so aus als sei keine radioaktive wolke unterwegs mit hilfe von modellrechnung könnte Diese simuliert werden um den nachweis radioaktiver produkte zu ermöglichen viele experten und expertinnen halten die zündung einer Wasserstoff bombe durch nordkorea dennoch für unrealistisch vielmehr sei ein anderer typ vorstellbar beispielsweise eine Fusions verstärkte atombombe also eine mischform dabei wird einer plutonium bombe tritium Beigemischt ein radioaktives wasserstoff gas frage drei wie genau laufen die atomwaffen test in nordkorea ab nordkorea hält das alles natürlich streng geheim Was man aber weiß die waffen tests in nordkorea finden unterirdisch statt auf einem testgelände unter einem gebirge in einer tiefe Von etwa einem kilometer bei einer bomben explusion bebt natürlich der boden Forschungsteams weltweit messen mit einem messnetzwerk von rund 170 instrumenten die seismischen wellen die dabei entstehen vor allem die messwerte in der nähe von Nordkorea also in china oder südkorea beispielsweise sind besonders aufschlussreich 2016 hatte nordkorea ja bereits schon einmal verkündet eine wasserstoff bombe gezündet zu haben damals hatten auch russland und japan Erschütterung des bodens verzeichnet doch die meisten atomphysiker und physikerin waren sich schon damals Einig dass die erschütterung zu gering für eine wasserstoff bombe gewesen seien doch zu 100 prozentiger sicherheit kann das niemand sagen denn die wellen im boden verbreiten sich je nach beschaffenheit des gesteins Unterschiedlich gut und wie das rund um die testanlagen aussieht das wissen nur die nordkoreaner und geologen seismologen Und atmosphärenforschungsteams sind übrigens nicht die einzigen die sich für nordkoreas aufrüstungsprogramm interessieren auch geheimdienste Versuchen schon seit jahren mit hilfe von satellitendaten und luftproben mehr details zu dem atomwaffenprogramm des landes zu erfahren Dazu werden sie auch erschütterung der erde aus und hören zudem ozeane nach schallwellen ab dennoch ist weiter unklar Wie umfangreich das waffenprogramm von kim jong und tatsächlich ist vierte frage wie gefährlich ist nordkorea für uns klar ist dass Nordkorea atomwaffen besitzt unklar ist wie leistungsstark diese sind und wie groß die sprengköpfe sind denn das ist ausschlaggebend um den grad der bedrohung abzuschätzen mitte diesen jahres hatte nordkorea aber spätestens der ganzen welt gezeigt dass sie mit ihrem Raketenprogramm weiter sind als vermutet damals hatten sie die Interkontinentalrakete song 14 getestet Nordkoreanische raketen waren bis in japanische gewässer und sogar über japan hinaus geflogen nach vermutung mancher experten und expertin hat nordkorea wohl mittlerweile sogar Interkontinentalraketen die in der lage wären das amerikanische festland zu erreichen der bau einer wasserstoffbombe ist aber Weitaus komplexer als der eines kernspaltung sprengsatzes neben nordkorea behauptet auch indien darüber zu verfügen viele expertinnen und experten Vermuten dass diese länder die in der letzten zeit in den kreis der sogenannten atommächte aufgestiegen sind bisher Keine einsatzfähigen waffen dieses typs besitzen denn um eine wasserstoffbombe zur explosion zu bringen braucht es zwei schritte Ein konventioneller sprengsatz zündet zunächst die atombombe und diese löst dann die fusion aus wenn es neue erkenntnisse zum atomprogramm in nordkorea Gibt erfahrt das natürlich hier bei klick so wenn er kein video zum thema und auch zu allen anderen themen verpassen wollt Dann drückt mir hier ein abo aufs auge und vergesst nicht den Auf die glocke hier geht es weiter mit so wäre ein atomkrieg ein Wirklich erschreckendes szenario also nur draufklicken wenn er wirklich mehr darüber erfahren wollte und ansonsten bis dann Bleibt dran